Hans Lackner war ein österreichischer Theater- und Filmschauspieler, Leben und Wirken. Der Sohn eines Bürovorstandes der Österreich-Ungarischen Bank studierte nach seiner Matura von 1894 bis 1896 Philosophie an der Universität Wiens. Anschließend entschied er sich für die Schauspielerei und ließ sich von Konrad Löwe künstlerisch ausbilden. Seine erste Verpflichtung führte ihn nach Tropau, wo Lackner mit der männlichen Hauptrolle als Fritz Lobheimer in Arthur Schnitzlers kurz zuvor uraufgeführten Dramas Liebelei seinen Einstand gab. Nach einem kurzen Zwischenspiel am Sommertheater zu Gemunden kehrte Lackner 1898 nach Wien zurück, um dort einer Verpflichtung an das Reimundtheater nachzukommen. Erfolge feierte er dort im Fach des jugendlichen Charakter Helden und Naturburschen. Zur Jahrhundertwende sah man ihn unter anderem als Martin in Ludwig Anzengrubers das vierte Gebot, als Karl in Maria Magdalene, als Mittelbach in der Herrsenator, als Valentin in Goethes Faust oder auch als Jakob in Anzengrubers der Meineidbauer. 1904 wechselte Lackner nach München, wo er an den Vereinigten Theatern an der Seite von bekannten Künstlern wie Gustav Waltau, Hans Steinhoff, Lina Boy wurde, Leo Polkert und Rolf Rendorf auftrat, um schließlich nach Wien zurückzukehren. Dort setzte er seine Karriere am Burgtheater fort. Zuletzt wirkte Hans Lackner erneut am Deutschen Volkstheater, an dem er bereits kurz vor dem Ersten Weltkrieg aufgetreten war. Schon frühzeitig trat Hans Lackner vor die Kamera. 1912 gab ihm Luise Kolm die Titelrolle in dem Drama Der Unbekannte. 1920 spielte er eine weitere Hauptrolle in der Schauergeschichte Nah und Tod. Im selben Jahr kam Lackner für die zentrale Rolle des Kardinal Richelieu in dem Historiendrama Minon Delenklos nach Berlin. 1923 konnte man ihn mit der Titelrolle des Komponisten Karl Michael Zierer in der Musikergeschichte Karl Michael Zierers Märchen aus Alt Wien, einem Frühwerk Wilhelm Thieles, sehen. Gleich darauf erhielt Lackner eine weitere Hauptrolle in »Namenlos« einer Inszenierung des späteren Hollywood-Auswanderers Mihaly Kertes. Seit Mitte der 1920er Jahre wurde er kaum mehr beschäftigt. Der Hans Lackner, der während des Zweiten Weltkriegs in Leni-Riefenstahls Tiefland-Verfilmung mitgewirkt hat, ist nicht mit ihm identisch. Filmografie 1912 Der Unbekannte 1916 Bogdan Stimow 1916 Das zweite Leben 1917 Wenn die Frau nicht kochen kann 1920 Nah und Tod 1920 Zwischen zwölf und eins 1920 Ninon Delenklos 1921 Absinth 1922 Der Dämon des Grand Hotel Majestic 1922 Der Mann, der das Lachen verlernte 1922 Die Frauen des Harry Bricord 1923 Karl Michael Zierers Märchen aus Alt Wien 1923 Die kleine Sünde 1923 Namenlos 1924 Das verbotene Land 1927 Das Mädchen ohne Heimat 1929 Die Dame auf der Banknot Einzelnachweis Kosch nennt Wien als Sterbeort Normdaten GND 116 116 640 618 V.E.A.F. Vielen Dank.